Heute ist eine Premiere für den DJW. Wir verbinden heute Teilnehmer in Tokio und in Berlin gleichzeitig per Videokonferenz. Startup-Companies sind nicht nur kreative Wissenschaft und E-Commerce. Es sind Medtech, Cleantech, IOT. Billiki-Catching-up, Health-Catching-up, Software-Analytics sind auch sehr stark, Energie sind sehr stark. Das ist eine Illustration des Statuses des Asset-Management-Markets. Wir haben knapp 200 Teilnehmer, davon eine große Anzahl Startup-Companies. Unter anderem aber auch die Botschafter beider Länder. Es ist sehr willkommen, dass diese Startup-Forum hat sehr stark, sehr diversen Teilnehmern. Wir haben jede Art von Industrie, von Cleantech, FinTech, Konsumentenprodukte, Food, was man kann, wir können finanzieren. Japan und Deutschland sind die Nr. 3 und Nr. 4. Nr. 4. Nr. 4. Nr. 4. Nr. 1 und Nr. 2. Nr. 2. Nr. 3 und Nr. 4. Nr. 4 und Nr. 5. Nr. 5 und Nr. 5. Nr. 5. Nr. 5. Nr. 5 Das ist eine große Herausforderung. Wir unterstützen uns alle, und wir unterstützen uns,